Es geht los mit einer weiteren Runde Mario Kart 8 Deluxe. Heute zocken wir mal wieder, muss ich sagen, den Battle Mode, aber ich zocke auch den normalen Mode, also den Racing Mode sozusagen. Ja, ich denke, dass das beim letzten Mal ein bisschen zu kurz war. Das heißt ein bisschen, das waren 5 Minuten oder 6 Minuten oder was es waren. Das war sehr kurz sogar. Ähm, ich dachte, dass 2 Minuten, äh Quatsch, 2 Runden in etwa in Ordnung wären, aber ich werde das jetzt einfach so machen, wie ich lustig bin. Und zack, 1 Punkt auf jeden Fall schon mal. Noch 1? Schade, nein. Oh shit, was soll das denn? Komm, noch 1? Ich meine, ich habe jetzt da so eine schöne Bombe hingelegt. Ah, komm, kriege ich den? Oh, ne, kriege ich nicht, weil er mir nämlich nicht hinterher fährt, dieser kleine... Ah, oh, jetzt habe ich aber jemanden bekommen. Und, noch jemanden? Jawohl, es läuft. Und ich habe 4 Ballons noch. Und hier steht einfach so jemand rum, den kriege ich dann hier mit so einer Bombe einfach weg. Shit, da wurde ich schon für bestraft, aber ich mache trotzdem weiter, weil das einfach easy Punkte sind. Zack. Und, noch ein letztes Mal, sorry Bro, aber ich will gewinnen. Moment, da ist er direkt respawn, wie geil ist das denn? Ha, nice. Jetzt kann ich hier einfach Punkte farmen, oder was? Ja, kann ich anscheinend. Oh, 2 Stück erwischt. Sehr schön. Geil. Oh, Moment mal. Fährt mir da jemand hinterher? Ich glaube schon, oder? Jawohl. Und zack, nochmal. Okay, easy. Das muss ich jetzt verwalten. Dann habe ich es geschafft eigentlich. Und, noch jemand, äh, nochmal, hier den mitgenommen. Ach, das ist aber auch ein Lappen. Oh, shit. Ich auch. Ne, das muss ich, das muss ich jetzt halten. Das muss ich jetzt halten. Sonst wäre es echt bitter. Komm. Ah, okay, gut. Äh, ich hoffe, niemand fährt mir hinterher. Aber ich denke, dass ich das schaffe. Ja, komm. Das schaffe ich. Noch 9 Sekunden. 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawohl. Oh mein Gott. Das war ein einfacher erster Platz. Sorry, falls das ein bisschen langweilig war. Aber ich wollte unbedingt mal erster werden. Hm, nochmal Bob Ampour. Sorry, falls es ein bisschen langweilt. Aber, ja, ich kann da halt nichts für, ne. Und jetzt was komplett wegkappen werde ich jetzt auch nicht. Weil die Datei dadurch einfach nur noch größer wird. Durch so eine Runde. Und wenn ihr darauf keinen Bock habt, schaltet ab. Vergesst zwar nicht vorher den Like zu geben. Aber ihr könnt gerne abschalten oder irgendwie vorspulen oder so. Aber ich werde es nicht machen. Nein. Tut mir leid. Hm, ich dachte, er fährt da runter. Moment. Hä, wo? Da ist jemand. Okay. Ich weiß, ich habe unten eine Karte. Aber trotzdem. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Na, 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 na. Oh, schade. Da dachte ich jetzt, ich könnte den mal treffen hier. Und natürlich treffe ich niemanden. Aber jetzt zwei. Jawohl. Sehr nice. Und noch jemanden vielleicht? Weil da war er ja unten. Nee. Oh, shit. Und. Schade. Ich kriege aber auch niemanden, ne. Das ist so AIDS. Äh, schade meine ich natürlich. Na, komm. Ja, da. Ach, komm. Nein. Als ob. Ich werfe die mit 10.000 Bomben. ab. Und die legt einfach so ganz gezillt ne Bombe dahin. Und trifft mich natürlich dann jetzt aber. Ja, ist klar. Und ein Schwatterfurt. Ja, das, äh, wird aber nicht die ganze Zeit so sein. Ganz nicht für immer hier der King sein. Das musste auch Obama feststellen, der dann schließend von dem Crown. Amt abgelöst wurde. Na gut, war jetzt ein schlechter Witz. Ich weiß, aber. Lass mich auch mal fließt an hier, ja? Okay. Okay, gut. Das ist ja irgendwie grad ein bisschen eintönig. Irgendwie. Irgendwie, irgendwie, irgendwie. Irgendwie sag ich ständig irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie ist das so ein bisschen komisch. Hm. Komm, dich krieg ich noch. Jawoll. Hatte die nur noch einen Ballon, oder? Nö, anscheinend. Nö, anscheinend noch zwei, oder so. Sonst denn da, ja. Hast sie rausgenommen, ist das krasseste. Bam. Alter. Na komm. Nee. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Okay. Hm. Ja, ich bin trotzdem noch erster. Ja. Oh. Mit zwei anderen. Nur 13 Punkte und die anderen 14. Egal. Bis gleich im Racing Mode. Oh, Moment mal. Ich hab mir auch ganz vergessen zu kommentieren. Bin ich schlecht. Ich denke mir so, ja. Mario Kart zocken. Guck so nach längs. Oh, die Aufnahme läuft ja. Ich bin so schlecht. Ach du Scheiße. Nein, bin ich schlecht. Shit. Ich hab mich ganz auf das Spiel konzentriert und hab's einfach vergessen. Tut mir leid. Ich bin so ein Lappen, ey. Alter. Oh, Mann. Oh, das ist ein bisschen peinlich, wollte ich gerade sagen. Aber es ist irgendwie nicht peinlich. Es ist einfach nur irgendwie lustig. Wie schlecht, ey. Oh, Mann. Komm. Wir kriegen mal jetzt. Ja. Und. Bumm. Dreckiger Japaner, ey. Also, nicht, dass ich Japaner nicht mögen würde oder so, ne? Seht mich jetzt nicht falsch. Aber der regt einen irgendwie auf, dadurch, dass er so schnell ist. Ja, was ist das denn hier? Schon wieder ein Japaner, ne? Schon wieder ein Japaner. Kannst du ruhig zugeben. So. Erster will ich jetzt hier sehen. Erster. Und ich hab sogar eine Hofe, du Lappen. Oh, ab da. Nein, 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 nein. Gut. Oh, mein Gott. Geil. Komm. Komm, Junge. Komm, Junge. Einmal Erster. In der Aufnahme. Einmal. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und das ist es auch. Jawohl, Mann. Erst richtig schlecht, aber zum Ende hin richtig gut. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.